So Leute, wir sind in Rehmagen. Und wir haben heute Samstag, den 1. April 2023. Ja, und wir stehen natürlich hier, wie ihr seht, direkt am Rhein. Auf der anderen Seite, da hinten, kann ich jetzt auch die Brücke vom Rehmagen sehen. Da ist die Air Palolei. Und da machen wir morgen eine Warte. Oh ja, das ist sie. Die Brücke von Rehmagen. Und dort oben, da sehe ich ein Loch. Mit Scherz. Die Brücke von Rehmagen. Die Brücke von Rehmagen. So, wir sind hier in der Apollinaris Kirche. Und dann ist mal wieder eine Brücke. Die Brücke von Rehmagen. 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 Das trägt das heute allerdings wieder den ganzen Samstag. Die Brücke von Rehmagen. auf geht's am sonntag den 2 4 2023 wir wandern auf die erpeler lei am rhein am anfang ist schwer kleiner wanderweg fahrt aber fast unmöglich hoch zu kommen einfach zu glatt wir sind also den berg hier schon hochgekommen und ich kann nur sagen herr durch die nässe ist hier sehr glitschig und anstrengend gewesen zuerst hat mal aufgehört zu regnen das wetter ist nicht besser geworden heute sondern es genau wie gestern der weg führt uns jetzt zu einer alten brauerei die muss hier irgendwo im wald liegen alte brauerei da trinken wir noch gerne ein kakao malgen 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 weiter geht es hier nach kalenborn malgen 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 dann dein Wieder ein sehr schöner Wanderweg bis Kahlenbach jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Es geht durch den Ort Karsbach. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wieder ein Stück Rheinsteig. Den Weg über den Rheinsteig haben wir heute schon des Öfteren gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier ist die Wanderung zu Ende. Heute, was wir jetzt nicht geschafft haben, da oben in der Wand, dieses Loch. Und zwar gibt es da einen Eingang, der ist auf der Seite und heute Morgen war es so stark am Regnen, weil der Glätte unmöglich dahin zu kommen.